Zack, und damit sind wir sogar bei zwölf. Wieso läuft das alles so gut? Ich weiß es nicht. So, äh, ich glaub, da sollen wir nicht runter. Noch nicht. Boah, das war knapp. Der Schinkenvernichter, Marco Korn. Das Schinkenvernichterleinchen. Yay. Oh. Ruhig, Brauner. Was zur Hölle? Komischer Schinken-Typ. Naja, auf jeden Fall... Da müssen wir doch hoch, oder? Anscheinend nicht. Komm doch, keine Angst. Okay. Äh, da... Das ist das Falsche. Da müssen wir auf jeden Fall gleich hoch. Dessen bin ich mir bewusst. Ich hatte nur eine Erinnerung, dass die Utzis hier unten waren. Kann auch sein, dass ich mich täusche, ja? Aber ich glaube... Ja, das dicke Ende kommt. Egal... Egal, wie viele Saves ich jetzt habe. Es wird gelitten werden. Warniozis doch nicht hier. Richtig, ducken. Ach, da ist... Ach so, okay. Ja. Da kann man wahrscheinlich stehen. Bück dich! Ist es irgendwie beängstigend, wenn 100 Leute plötzlich anfangen, bück dich zu rufen? Warte mal, das war sogar das letzte Secret, ne? Ja, kann man machen. Kann man so anbieten. Darf man behaupten. Theoretisch. Könnten wir jetzt sogar skippen? Man kann dieses Level... Großteilig skippen. Ich weiß nur nicht, wie. Also, theoretisch im Rahmen der Challenge wäre das jetzt das Klügste. Tatsächlich. Wir verlieren ja sowieso alle Items, die wir jetzt noch sammeln. Äh, nur ich weiß nicht, wie man skippt. Und deshalb sehen Sie heute das komplette Level. Meine Damen und Herren und Schinken. Baa! Baa! Ja, da wo man runterklettern kann, ist nichts Spannendes. Das kommt erst, wenn der Aufzug hochfährt. Hüpp dich, Vieh. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. So. Äh, keine Ahnung, was jetzt für ein Scheiß kommt. Ich weiß es einfach nicht. Äh, tschüss, Omi Old. Omi Old. Ich muss es jedes Mal einmal machen. Außer manchmal. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Die sind auf jeden Fall zu weit hoch, als dass ich sie von hier aus abschießen könnte. Ja, da kommt der, da kommt der, da kommt der. Komm her. Kumpel. Was auch immer das für eine Show werden sollte. Ich habe aber keinen Bock auf diese Viecher. Echt nicht. Wollte ich nur mal sagen. So, die Seite des Dams ist gesperrt. Wir müssen hier, glaube ich, ein Wasserrad wieder in Betrieb nehmen. Ein Betriebsrad wieder ins Wasser nehmen. Oh, Granaten. Cool. Kein Schaden. Nein, keine Munition auch. Also, kein Schaden und keine Munition. Das ist jetzt nicht so gut. Glaube ich. Ja, wir müssen auf jeden Fall... solchen Hebel umlegen. Und dann gab es noch einen. Ach du Scheiße. An der Stelle komme ich immer durcheinander. Ähm. Hier sollte... Ah, danke. Kein Schaden, keine Munition. Kein Chris wird das mögen. Nein. Kein... Kein Ertrinken. Lara ist keine Jungfrau. Woher wissen wir das? Und wollen wir wissen, woher wir es wissen? Ach. So. Äh, genau. Das war dieser Hebel und der dreht jetzt, glaube ich, den Damm so, dass... Ach, der dreht nicht den Damm. Ja. Aber das Wasser läuft jetzt wieder und ist alles toll irgendwie. So, und jetzt sollten wir auf keinen Fall auf die glorreiche Idee kommen, hier rein zu springen. Richtig? Ne, wobei, hier rein geht tatsächlich. Wir sollten auf jeden Fall nicht hier reinfallen, weil da läuft jetzt das Wasser runter und wenn man da fällt, stirbt man. Instant Tod, Null. Okay, da sollte ich nicht runter, verstehe ich schon. Ich habe Angst. Hier. Kommen wir schon wieder durch ein Level ohne zu sterben? Ich glaube nicht. Uh, stimmt. Wir haben ja keine Munition mehr. Wir haben jetzt die OCs, wir haben aber auch Granaten. Irgendwie sind die OCs in dem kommenden Level wertvoller als Granaten. Also in dem kommenden Teil des Levels. Er steckt den Boden. Voll süß. Yay. Kann man machen. So, ist das der, der, was, 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 was für ein Schlüssel ist das? Es handelt sich, meine Damen und Herren, bei diesem Schlüssel um den Detonator-Switch. Das heißt, es ist Zeit, Dinge in die Luft zu sprengen. Findet ihr das nicht geil? Wir können endlich dieses Scheiß-Level in die Luft jagen. Leider nicht komplett, aber wenigstens so ein bisschen. Ein bisschen in die Luft jagen kann man machen. Kann man machen. So. Äh, bitte nicht sterben. Kein sterben. Okay. Äh, lieber dahin, oder? Ich glaube auch lieber dahin. Ist das ein Sprung aus dem Stand? Und, eh nicht, eh nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir leben noch. Das war das Wichtigste an dieser Stelle. Und wir haben jetzt den, äh, Detonator-Switch. Ich weiß noch, wie ich halt 2009 im ersten Tomb Raider LP, wie, ah, wie verloren ich hier schon war. Hashtag sterben loben. Wie ich halt noch nicht gestorben bin. Seitdem wir über die Adlerus-Matlerusse hinüber sind. Oder? Ne. Es ist auch irgendwann, wenn man es so oft spielt, geht einem so ein Spiel irgendwie in Fleisch und Blut über. Lara, immer wenn wir kurz davor sind, Freunde zu werden. Ja, 2009 war mein erstes... Ah! 2009 war mein erstes Tomb Raider LP und langsam werde ich nostalgisch. Da ist wohl jemand Single geworden, ne? Mir ist das Spiel eher in den Schinken übergegangen. Naja, kann man wohl auch so sagen. Es ist, es ist... Das Spiel lächelt mich an und belohnt mich die ganze Zeit. Aber glaubt mir, wenn ich mal kurz weggucke, habe ich die Bratpfanne im Rücken stecken und das Messer auf den Kopf kaputt gehauen. Nein, umgekehrt, irgendwie. Irgendwie sticht man einem... Er muss ja auch was für die Quote tun. Ja, stimmt. Ich muss ja auch mal kurz meine, meine Göttlichkeit pausieren. Aber ich mach das nur für die Quote, Baby. Mach das... Lass bitte hundertmal lupen. Nein. Spricht mal bitte als Lara, so wie du es 2009 tatest. Tut mir leid, aber mittlerweile sind mir Eier gewachsen. Das geht nicht mehr so einfach. Bei meinem ersten LP war ich neun Jahre alt. Nein. Nee. Jasmina war neun Jahre alt. Cool. Ja, es ist verrückt, wie es sieben Jahre her ist. Also, jemand, der geboren wurde, als ich angefangen habe, Let's Plays zu machen, geht jetzt langsam in Rente. Nein, aber in die Grundschule. Nee, ist schon links dort. Im besten Fall. Keine Eier. Doch, doch. Doch, doch. Ist heute noch Ostern. Bitte, Lara. Mach jetzt keinen Scheiß, okay? Danke. So. Zeit für die Sprengung. Weg, da, Lara. Ich hatte vor dieser Kiste so absurd viel Angst. Aber eigentlich ist sie überhaupt keine Bedrohung. So. Ist er gestorben? Ich war nur ganz kurz weg. Äh, nein. Ich bin... Seht ihr? Secret... Äh, Fackel nicht mehr erreichbar. Ich bin tatsächlich bisher noch nicht gestorben, nach der Adlersache. Auch so ein Satz, den man im echten Leben eher selten sagt, oder? Abgesehen davon, nachdem ich gestorben bin, bin ich bisher nicht mehr gestorben. Da müssen wir hin. Immer dieser, dieser geile Sound-Effekt, wenn sie die Fackel wegwirft. Die unspektakulärste Sprengung aller Zeiten. Och, komm, jetzt überschüttest du das Spiel aber mit zu viel Lob. So, hier kann man Schaden bekommen. Also im Spiel generell. Aber auch an dieser Stelle. Spezifisch. Oh. Hm. So. Es, äh... Es wird nochmal die Hölle. Ja, Petoschka, ich weiß, hier könnte man jetzt schon das Level beenden, wenn man es skippen könnte. Nur ich kann das nicht. Und es wirkt mir ja fast sicherer, wenn ich das Level auf regulärem Weg mache. Weil, abgesehen von Schlangen, gibt es hier ja nicht mehr wirklich Gelegenheit, gewone-hitted zu werden, ne? Äh, im Übrigen holen wir jetzt mal wieder die Ozzis raus. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Das wäre es fast gewesen. Äh, ne, Petoschka, ich habe das vorhin nicht gelesen. Ich meine, ich hätte, um ehrlich zu sein, nichts dagegen, den Rest des Levels zu skippen, weil er bringt uns einfach nichts. Er birgt nur die Gefahr. Im Grunde genommen haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben alles Secrets, können keine Items mehr kriegen. Und wirklich gefährlich wird es halt auch nicht. Und falls es kein Glitch ist, also falls man nur weit genug springen muss. Okay, hier kann ich angeblich an den Maschendrahtzaun springen. Äh, es zählt nicht als Glitch, wenn es ein normaler Sprung ist, ne? Also wenn es, wenn die Entwickler zu doof waren, um die Levelgrenze nicht weit genug wegzutragen, sozusagen. Okay, ich sterbe. Besser nicht. Äh. Ich lass das mal lieber. Oh, laut drei. Ja, ich lass das mit dem, äh, Levelskip mal lieber. Das bedeutet aber auch, dass wir herausfinden müssen, wo es hier weitergeht. Ja, ich hab ja nicht mal den, den besonders schweren Sprung im ersten Level geschafft. Das Grillenzirpen ist schon bezeichnend. Äh, aha. So, äh, da ist irgendwie so ein Loch und dann kann man da reinspringen und dann passiert was. Also im Grunde genommen ist das die, die, äh, Dissertation, die ich über das Level geschrieben habe. So, das habe ich 2009 übersehen. Stundenlang bin ich hin und her gelaufen. Marco, du warst so eine Pussy. So, was ist das? Sterbe ich jetzt? Erst mal reinspringen und dann so, sterbe ich jetzt? Frag ja nur. Wollt grad fragen. Ja, schon interessant zu wissen, ne? Ja, wir haben bis zu dieser Stelle hier innerhalb dieses einen Streams gespielt. Und falls du fragen solltest, ja, wir sind mega geil. Also wir sind einfach nur die besten Typen im Raum. Weil sonst ist ja auch niemand hier. Aber unabhängig davon wären wir auch die besten Typen im Raum, wenn jemand hier wäre, der nicht so gut ist, wie wir sind. Weil dann wäre der ja nicht so gut wie wir. Und per Definition wären wir weiterhin die besten Typen im Raum. Wenn jetzt aber jemand käme, der besser wäre als wir, dann wären wir per Definition natürlich nicht mehr die besten Typen im Raum, aber immer noch relativ cool. Äh, die Folgen meines LPs heißen hier eine binäre Entscheidung. Erwachen aus dem amerikanischen Traum. Und Das letzte weiß ich nicht mehr. Aber das sind die Kapitelnamen von Max Payne. Rückwärts. So, keine Ahnung, was der Weihnachtsmann in dem Level zu suchen hat. Und warum er Biker-Klamotten trägt. Aber er ist uns grad relativ egal. Wir sind falsch gelaufen. Schinken. Geiler Marco-Loben. Äh, das klingt falsch. Schreibt das mal lieber unter meine X-Avster-Videos. Heute ist Weihnachten. So, äh, was haben wir erreicht? Wir haben diese eine Tür geöffnet, da unten. Der hab ich hier? Einfach mal testen. Nein, mein X-Avster-Videos. Mein X-Avster-Videos kriegst du dich. So, jetzt ist da Wasser drin. Geil, ne? Was, das bringt mir jetzt was. Ah, ich weiß, glaub ich. Grillen-Zirpen. Ja, das Grillen-Zirpen ist echt krass. Äh, wenn es... Wie geil wär bitte ein Fantreffen in Schinkenhausen. Aber ich... Wo auch immer es ist, ist es wahrscheinlich zu weit weg. Soll ja für uns angenehm sein. Für euch nicht so. Äh, lol, lol. Die Cam dürfte nicht asynchron sein. Ähm, wenn es bei dir asynchron scheint, dann drück mal F5. Dann ist wahrscheinlich aber die Cam und das Gameplay asynchron. Also, sie kann eigentlich gar nicht asynchron sein, weil ich fänd das nicht gut. In Koban-Gondorf. Weil wir da 5 Stunden hinfahren müssten. Ähnlich mit Böhnebüttel wahrscheinlich. Auch Böhnebüttel ist nicht immer nah. So. Ähm. Einfach mal springen und hoffen, dass man nicht stirbt, lol, lol. Ist ein altes Ritual gewesen. Und wir müssen ja ausführen. Hei! 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 So, wir suchen eine Karte Oh, das ist nochmal eine schwierige Stelle Es könnte sich ja fast lohnen zu speichern Aber auch nur fast Wir sollten auch nicht mit Saves um uns werfen Auf keinen Fall Bam, bam 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 La, la, la La, la Bam Bam